Rote-Rosen-Vorschau, heiraten Simon und Dillay? Romantisch geht es immer noch zu mit Rote Rosen. Denn mit Dillay und Simon scheint es ernster zu werden. Trauen Sie sich den nächsten großen Schritt? In einer Telenovela geht es oft um Liebe. Beispielsweise stellt sich bei Rote Rosen oft die Frage, wie das Hauptfigurenpaar am Ende des Films eigentlich zusammengekommen ist. Staffel 21 sind es Annette, Sarah Masuch und Ralf, Hardy Krüger-JR. Erst vor kurzem wurde ihnen wirklich klar, dass sie sich ein bisschen mehr liebten. Das bedeutet also, dass wir uns langsam auf den Heimweg machen. Doch sie waren nicht das einzige Paar, das in Lüneburg Fortschritte machte. Beispielsweise heiraten Britta, Jelena Mitschke und Hendrik, Jeric Warteng. Sicher, das führte zu einigen Versuchen und Irrtümern, aber das ist Teil der Datumsequenz. Auch das dritte Paar erreicht einen wichtigen Meilenstein in seiner Beziehung, und nur wenige Fans erwarten es. Also aufgepasst, Spoiler! Denn in den Vorschauen steht, dass Dillay, Idealkanal, und Simon, Tore Lüttier, verlobt sind. Obwohl die Polizei und der Sohn des Bauunternehmers noch nicht lange zusammen sind. Keinen sie sich sicher zu sein, dass sie gemeinsame Absichten haben. Allerdings ist die Anwendung anders als erwartet. Es gelang ihr, ihn zu einem Wettbewerb für die Serie Brücken des Bospäros zu holen. Es geht darum zu wissen, wer die beste Liebesszene schaffen kann. Gemeinsam spielten sie eine erfundene Szene nach. Doch Dillay ist süchtig und macht Simon einen Heiratsantrag. Simon sagte dann ja, dann verlobten sie sich. Noch wollen sie es Fujida, Renan de Milkan, geheim halten? Die Erfahrung zeigt, dass solche Pläne auf Dauer selten gelingen. Wie wird sie reagieren? Rote Rosenfans können es wie immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD erfahren. Darüber hinaus können sie 30 Tage nach dem Ausstrahlungsdatum auf Episoden aus der Mediathek zugreifen. Rote Rosenfans